Ich bin der Meinung, wir sollten die Kisten vertauschen. Usher schnappt sich das Zeug, bringt das schon mal nach oben. Und wir gehen danach alle mal an die Strittleiter nach oben und verpissen uns, wenn es dunkel ist. Okay, es ist ja schon dunkel. Das können wir tun. Aber da unten stehen keine Organisten, die wir ablenken müssen. Das stimmt. Um die Kiste rauszutauschen. Was schlagt ihr vor, was wir tun? Wir sollten momentan vorsichtig sein. Siehst du da vorne Lollgrim? Der diskutiert mich, glaube ich, gerne rum. Lass uns ein wenig abwarten. Die werden hier nicht unter Dauerstrom stehen, denke ich. Das Nächtens wird es ein bisschen unauffälliger. Okay, wir warten noch ein wenig. Tauschen die Kistenkisten. Bringen die in der Kiste dahin, wo die Werkzeugkiste hingehört. Wasche, räum das aus. Bringst die Strittleiter hoch. Eine Stunde später verschwinden wir. Ja. Ja, während Rondrigo noch sagt, die können nicht die ganze Zeit unter Strom stehen, könnt ihr sehen, wie Lollgrim an seinen Gürtel greift, eine ziemlich martialische Peitsche hervorholt. Mit drei Schwänzen. Und die sind dann auch mit Dornen versehen. Und fängt dann an, eine der Sklaven, die hier gerade ein paar Sklette von A nach B bringt, fängt da einfach mal an auszupatschen. Ihr habt nicht genau gesehen, warum. Vielleicht einfach nur so. Aurelia, also, ja, ich schaue gerade nach. Rondrigo schafft es nicht, sich das Ganze zu unterdrücken. Er will eigentlich dahinschauen, will dann sich vielleicht im schlimmsten Falle umdrehen, aber kann sich nicht zurückhalten. Was ist denn hier los? Warum? Wieso? Was soll der Scheiß? Ich bin Sklave. Müssen wir den Sklaven nicht mal töten? Was ist hier los? Er dreht seinen Kopf. Die Peitsche ruckt da rum. Du darfst gerne einfach mal eine Ausweichenprobe machen. Er ist total perplex. Er kriegt die Keitsche voll ab. Ja, dann, ja, mit dem Patzer ist das, glaube ich, drin. Dann schlägt er. Hat nicht gezielt. Schauen wir einfach mal nach, wo er trifft. Autsch. Zum Glück nicht doppelter Schaden. Reißt er den Helm runter und du kannst auch sehen, wie die Dornen dann teilweise an deinem Hals oder an der Wange hängen bleiben, sodass sie ein Stückchen Fleisch herausreißen. und du dann, ja, ohne Helm und mit blutender Wange perplex da stehst und ihn anblickst. Seine Augen leuchten ein bisschen rot. Du kannst sehen, wie er wohl kurz vor einem Blut raussteht und dich anfunkelt. Die Peitsche immer noch zuckend in seiner Hand. Er wobelt immer noch so ein bisschen. Er fällt auf den Hintern, schaut ihn perplex an und krabbelt auf dem Arsch rückwärts. Ich hab's nicht so gemeint, ich hab's nicht so gemeint. Und die Panik scheint er wohl nicht nur nicht zu spielen, sondern er ist sich wirklich gar nicht unter Kontrolle und krabbelt rückwärts und stößt gegen Yala. Ich hab's nicht so gemeint. Schaut aber nur, ob ich den LOL drin. Ja, Yalan hat... Auf den Hintern rückwärts krabbelt. Yalan hat seinen Männern noch zugeraunt, siehst du, dass die Kisten ausgetauscht werden. Renn zu Rodrigo hin. Und wenn du dann an den Rand krabbelst, sich umsitzt, kriegt der erst nur eine Schelle. Also richtig schön kräftig. Was hab ich dir gesagt? TP, das heißt, der Schaden, der Schaden hat noch den Helm gemindert? Ja, weiß ich nicht. Nimm mal so ein Helm mit... Also ich hatte vorhin 5er Rüstungsschutz gesagt, aber nimm mal so ein 2er Rüstungsschutz für den Helm. Mann, sowas so 5er Rüstungsschutz. Also ich steckte Leder hin, hat schon 3. Ja, dann kriegst du 4 SP, das ist okay. Kaukschlinge. Danke, Frischlinge. Reiß dich ein bisschen zusammen. Kannst so lange Latrinen schaufeln, bist du nicht in der Scheiße wohlfühlst. Los, hol dir eine Schippe. Ja, ja, ja. Da kriegst du auch los. Renn nach hier vorne hin. Auf halbem Wege kehrt er wieder um. Und ja, rennt dann zu der richtigen Werkzeugkiste. Und die Kiste nimmst du auch gleich mit. Nein, nicht die, die andere. Wenn du die da mitnimmst, knall ich dir persönlich den Hals durch. Auf welche Kiste hast du gezeigt, die ich mitnehmen soll? Die blauen natürlich. Ja, ja, die Werkzeugkiste, ich nehm, ich nehm. Wenn du mich dann an Lollgrim. Okay, jetzt musst du ihn ablenken. Und das muss gelingen, sonst kriegt er mit, dass jetzt die Enduriumkiste verladen wird und nicht die Werkzeugkiste. Ich will die 3 hier vorne ablenken. Okay, das kriegst du auf alle Fälle hin. Es geht jetzt erstmal um Lollgrim, also auch. Wir fangen jetzt mal mit FH3 aus an, mit den Kamrakatisten. Man kann sich ja alle in der Zeit überlegen, was er tut. Also da hat gerade der Peitschlieb stattgefunden und hat geschrien und dann kommt der Vataussagen. Scheiße, Mann. Herr Monikor, was geht denn hier? Ich hab doch gesagt, die sind wahnsinnig. Die Peitschen nach uns, Mann. Alter, fuck, sollen wir es verziehen, oder was? Nein. Also, wenn er einen Blutrausch verfällt, dann schiebst du die Sklaven nach vorne und hoffst, dass nach 5 Minuten Ende im Gelände ist. Aber wenn du wegläufst, dann bist du schwach. Dann bist du aussortiert. Na klar, scheiße, okay. Einfach alles gut. Einfach die Sklaven nach vorne schieben. Nicht einmischen, ich hab verstanden. Was sind die ganzen Knochen hier? Ich meine, die da vorne, da haben wir auch schon welche weggetragen. Das ist alles von den Sklaven, oder was? Ja, klar. Wir kriegen ab und zu mal eine neue Lieferung, aber naja, die sterben halt ziemlich schnell. So ein Endurium, die ich hier, ich sag mal, die Halbwertszeit von so einem Sklaven liegt bei 6 Monaten hier. Das geht schon ziemlich schnell. Wenn du da unten arbeitest, mit dem Staub und das einarbeitest, mal einige von uns haben auch darunter gelitten. Das heißt, wir ziehen dann auch morgens, da kannst du dich schon mal drauf einstellen, morgens ziehen wir Streichhölzer, wer unten in der Mine arbeiten darf. Boah, fuck ey. Scheiße, und wie viele müssen da mal unter von uns? Aribaric, warst du schon mal unten? Klar war ich unten. Brett in der Lunge, aber das, naja, wenn du halt nicht jeden Tag unten bist und dann 8 Stunden arbeitest, das geht schon. Ja, kennen wir uns schon hier. Ich bin, ja, Nick. Äh, wenn er sich zum Dritten, den er noch nicht kennt. Ja, Schnathos. Nickt er dir nur zu. Oder? Okay. Ich bin sehr gespannt, ey. Boah, ich möchte mal nicht so einfach, eigentlich würde ich es schon mal gerne sehen, wie einer von Myptorium Corsa austackt. Nein, nein, das willst du nicht sehen. Ich bin froh, wenn ich irgendwann wieder, ich bin froh, wenn ich irgendwann wieder zurück nach Tuzak komme. Ich meine, so, Rayo Prabaka ist halt ein Schwein, aber der hat halt kein Problem mit uns, sondern Hauptsache, der kann halt seine Dinger schmuggeln, dann hat seine Priaten unter Kontrolle, aber der lässt uns halt machen. Vielleicht hast du ja morgen Glück. Andererseits, hier wird man in der nächsten Zeit häufig aus dem Dschungel angegriffen. Also, vielleicht lieber beim nächsten Mal. Und so lässt einfach daraus das Gespräch so ein bisschen weiter hin. Plätschern versucht immer mal wieder, jeden von den dreien ins Gespräch mit einzubinden und ja, so einen Arm zu packen und mal hier irgendwie zum Knochenhaufen zu zeigen oder hier, oh Scheiße, wie die da hängen, ey. Ja, würfel mal eine Überzeugen- und eine Überreden-Probe. Das eine ist erleichtert um fünf, das andere ist erschwert um fünf. Du bekommst sie leicht abgelenkt und auf dich fokussiert. Das ist die Überzeugen-Probe. Und das Überreden ist erschwert um fünf, weil sie sehr an deinem Bart haften bleiben. Also, der Regen hat auch in deinem Bart ein bisschen gewühlt und das Blut ist rausgewaschen. Überzeugen erleichtert um fünf und Überreden erschwert um fünf. Ja, ähm, da möchte ich dann mein Chibi benutzen, um die 20 nachzulufen. Ja, das macht. Ja, das klappt dann. Gut. Ja, und dann hast du sie auf alle Fälle unter deiner Kontrolle, kannst du halt so ein bisschen da was erzählen und da. Ja, damit sind die auf alle Fälle gebunden. Während das alles passiert ist, ist die anderen schnellen Schritt so langer nachgegangen. Scheiße nochmal, die verdammten Frischlinge. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige hier, der ist schon länger als da. Ja, was zur... Er blickt rechts über seine Schulter. Zeigt dann auch mit dem Arm dahin. Seht ihr die Scheiße? Dahin, wo die Skelette verscharrt worden sind. Und... Ja, geh dann vorbei, ich will ihn mitnehmen. Fass mich nicht an. Ja, guck mal hierher, was der schon wieder eine Scheiße gemacht hat. Ich habe gesagt, fass mich nicht an. Ich lasse es dann auch, sobald er sagt, fass mich nicht an. Ich gehe dann noch zwei Schritte in die Richtung. Tag nochmal hin. Seht ihr das? Ja, neben dir ist dann auch ein Sklave irgendwie zusammengebrochen und liegt da mit Striemen auf dem Rücken. Und dem geht es nicht gut. Der leidet, du kannst deine grauen, fast erblindeten Augen sehen. Der Mann hat überhaupt nichts, was er da irgendwie entgegensetzen kann. und hat auch quasi nichts gemacht. Ich muss jetzt ganz hart die Zähne zusammenbeißen. Ist das einer von denen, die geschleppt haben? Hoch oder tief. Wir wollen auch los sein, Minus. Kommt. Das ist ein frischer Sklave. Aber ich habe doch hoch gesagt. Ja, also der ist nicht ganz so kaputt. Der stirbt jetzt hier nicht. Der ist halt schwer verwundet. Aber wenn der jetzt halt vorher noch irgendwie gebuddelt hätte und dann wäre der halt jetzt tot zusammengebrochen. Ich wollte ihn eigentlich zur Ablenkung haben, aber gut. Ja, dann nimm ihn halt so. Ist okay. Also mit dem Plus kannst du dann auch den Fakt so beugen. Ist okay. Ich packe ihn dann an den Schultern, zerr ihn hoch. So eine scheiß Arbeit, wie er leistet. Guck dann zu doll Grimm. Hier, was machen wir mit dem? Soll ich mal einfach... Ich meine, das Loch da hinten ist ja die letzte Scheiße. Bring ihn halt rum. Ich stehe jetzt südwärts von ihm, aber... Oh, muss ich mich selbst beherrschen? Ich beharrte mich mal selbst, ja. Ich beiße unmerkliche Zähne ein bisschen fester zusammen. Nehme mal einen Nachtwind. Und mit einem schnellen Streich bringe ich den Sklaven um. Ja, das Ganze fällt dann wohl unter Erlösung oder so. Äh, überreden Probe. Sie ist erleichtert um vier. Alles klar. Zum Glück habe ich das gesteigert. Sekunde. Du hast bestimmt die Erleichterung, weil du jetzt gerade Blut vergossen hast. Ja, dafür kriege ich auch Empire of Stempel eine Rüge und zwar eine ziemlich dicke. Ich möchte gerne einen Chip hier einsetzen. Kippt ihr denn jemand ein? Also wie gesagt, ich würde den Pool erlauben für diese Sitzung. Ja. Wie viel haben wir denn noch im Pool? Vier, oder? Ich habe meinen verbraucht. Drei, zwei, drei. Ja, nimm einen. Gut, ähm, wirfle ich den ganzen Wurf neu oder... Ne, ignoriert das. Ich habe das für sie nicht reingezogen. Das ist aber die Probe. Ne, ignorieren wir nicht. Das ist aber die Probe. Ja, äh, ich wirfle die ganze Probe neu. Genau, erleichtert um vier. Jo. Mit sieben Sternchen über. Dann kann Rodrigo jetzt die schwere Kiste anpacken. Das Problem, was Brandigian jetzt hat, das Rad ist gerade abgegangen. Und, ähm, jetzt ist zwar die Kiste auf dem, äh, mit, also mit Aurelio und Hock und wer auch immer da hilft. Also jetzt ist die, die, die richtige Kiste. Moment. Die richtige Kiste ist jetzt hier auf dem Wagen. Aber, Brandigian hat gerade das Rad kaputt gemacht. Scheiße. Holzbearbeitung. Wir müssen das Rad wieder ran machen. Ähm, ihr könnt auch ableiten von Fahrzeugenlenken, würde ich erlauben. Er leitet, äh, er schert um fünf. Aber, jetzt muss das Rad wieder ran. Ja, dann versuche ich mal das Rad wieder ranzustellen. Ja, hervorragend. Uh. Gut, ähm, ja, dann, äh, brauchst du halt ein bisschen Hilfe und der eine oder andere dann von euren Leuten, äh, hält dann den, den, den Wagen nach oben, sodass du das da wieder ranklemmen kannst. Das, das wird nicht lange halten, also im Dschungel wird's wieder abgehen, ganz, ganz sicher. Äh, ja, vielleicht kann man sich im Lager jetzt damit bewegen. Ja, na klar, ich stehe auf. Man bringt die Kiste schon weg. Äh, ja, ja. Ach so, jetzt will auch, aha, okay, jetzt, das war die Werkzeugkiste. Ja, du willst die jetzt wieder hier hinstellen. Ich habe ihn befolgen. Zufälligerweise stellt man die auch so ein kleines bisschen, klein bisschen zu weit hier rein. Ja, ist ja egal, ist ja nur Werkzeug drin. Ja, gut, aber man, man weiß, hier hinter kann sich jetzt jemand gut verstecken auch. Okay, dann gehst du wieder zurück. Ähm, Ablenkung mit Evadaios und Yala und das dauert alles noch ein bisschen. Wascher, du siehst, dass die Kiste jetzt, äh... Und rief nicht zurück. Ach so, okay. So, geht so hier hin. Also wenn er vielleicht mal pissen müsste und, äh, verschwindet dann hier drüber. Er hängt dann hier so gegen die Häuserwand. Husti, wie ist es denn vom, ähm, Schaffen her und vom Licht her? Könnte ich unbemerkt zu der Kiste schleichen? Ähm, mittlerweile ist es weiter dunkel. Wir haben irgendwie eine halbe Stunde später. Äh, das ist möglich. Du kannst auf alle Fälle hinschleichen. Du hast jetzt auch viele Kisten noch hier. Ähm, über den Platz schleichen geht nicht. Das, äh, wird nicht funktionieren. Aber bis hierhin auf alle Fälle. Also, ähm, du hast jetzt hier Wachen und, ähm, ich, ich werde dich da auch gar nicht würfeln lassen. Also mit diesen Kisten hier, wenn du dich hier ordentlich rumschleichst, das ist quasi, äh, ist das, ist das gewonnene Spiel. Also mach halt ne, mach halt ne. Und ich hab gesehen, die Kiste ist offen, ne? Die Kiste ist nicht zugenagelt. Gut. Sie ist geschlossen, aber nicht verschlossen. Ja, und ich schleiche dann darüber. Gut. Beim Darüberschleichen siehst du auch Rodrigo hier stehen. Ja, der kann da gern stehen, zwingere ich dir zu. Wenn du es im Dunkeln siehst, wahrscheinlich er nicht. Ja, wenn du hier vorbeischleichst, sagt er, äh, das geht jetzt alles klar. Ich gehe wieder nach vorne. Packst du das alleine? Das ist ziemlich viel und ziemlich schwer. Ja, verschwinde. Gut. Wieder hier vorne rum. Sich, äh, er wird sich nochmal hier ein bisschen zurückgehen. Wird sich hier, hier so ein bisschen im Schatten einfach mal aufhalten. Mhm. Wird immer zwischendurch um die Ecke linsen hier so ein bisschen. Und so ein bisschen tun, als wenn er sich vielleicht seine Wunden leckt hier hinten. Er ist ja auch schließlich obergefreit, er ist der absolute Anfänger. Und, ja. Ja, hast du jetzt auch innerhalb von wenigen Stunden richtig viel auf die Schnauze bekommen. Peitsche und mit den Händen graben. Und hast du nicht gesehen und hast gekotzt. Und, ja, dir geht es ziemlich richtig. Ich gekotzt habe ich nicht. Ja, aber, in Anführungsstrichen, gekotzt. Nee, also, richtig gekotzen ist anstrengend. Also, das Rahmen ist super anstrengend, ganz klar, aber ich gekotze habe ich nicht. Ich habe nur, äh, äh, äh. Okay, ich dachte, ich hatte das jetzt so getan. Okay, gut. Nein, 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 du bist, du bist, du bist ein armes Würstchen. Genau. Du bist ein ganz armes Würstchen. Ähm, Wascha steht vor der Kiste. Sie ist, wie gesagt, geschlossen, aber nicht verschlossen. Dann möchte ich die ganz leicht anheben an einer Seite und mal reingreifen. Mhm. Ähm, ja, es schimmert ein bisschen in der Truhe, so ein bisschen gülden. Äh, und schwarz. Ähm, das ist... Ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Das ist auf alle Fälle Erz. Ähm, also, sehr steinhaltig auch noch, aber du kannst auch Einschlüsse sehen. Ähm, Okklusionen und, ähm, das sieht schick aus. Also, ähm, du... Das sieht auf alle Fälle nicht so grau oder silbrig aus wie Eisen. Aber das muss schon seinen Grund haben. Gold, das muss wohl dieses Endurium sein. Sonst hätte Rodrigo dir nicht die Kiste so hier vor deine Füße gestellt. Wie groß sind denn die Klumpen, beziehungsweise wie weit müsste ich die Kiste aufmachen? Ähm, ich sag mal, die Klumpen sind ungefähr so groß wie ein Kinderkopf. Ähm, von verschiedener, ähm, Größe, ähm, mal da eine Ausbuchtung, mal da, aber ungefähr so groß wie ein Kinderkopf. Und dann drei, äh, zweieinhalb Kilo schwer, wenn du die anfährst. Ähm, die Oberfläche ist auch noch ein bisschen, ähm, schmierig. Und wenn du anfährst, äh, und so hochhebst, kannst du auch spüren, wie es nach kurzer Zeit anfängt zu prickeln in deiner Hand. Und deine Hände fangen leicht an zu rauchen. Okay, also dann mach ich es so, dann nehm ich sie nacheinander, also dass ich die Kiste, die ich einmal hochmache, klumpen raus, gehst wieder zu. Weil zweieinhalb Kilo, also das, äh, raschig gab ich ja auch ein ganz bisschen was. Und dann wirklich klumpen nach klumpen verpacken, weil ich hab ja Zeit, wenn ich da hocke, also ich fühl mich ja gerade richtig sicher, denk ich mal, weil gerade versteckt. Das heißt, ähm, ich würd's auch nicht direkt an meinen Körper machen, aber ich würd halt versuchen, das an drei Stellen zu positionieren, wo's quasi um meinen Körper verteilt ist, sodass ich jetzt mit dem Lederriemen oder so an mich binden kann. Ich würd's nicht alles in einen, ähm, in einen Beutel tun, damit's quasi nicht auf einen Klumpen schwer ist, sondern an mir dran ist, weil ich das für eine Schlange herkenne. Und dann, äh, ja, wenn ich die alle habe, zurück. Mhm. Ich vermute, du bist nicht mit Rucksack runtergeklettert, das macht ja gerade keinen Sinn, ne? So was wie Dolch und Anziehsachen hast du dabei und dann leeren Rucksack. Genau. Gut. Äh, ja, also es sind insgesamt elfeinhalb Kilo oder elfeinhalb Stein, ähm, die du nach und nach dann in deinen Rucksack verladen kannst oder, äh, an Stählen an deinen Körper anbindest. Mhm. Ähm, ja. Du hast gesagt, das sind drei große mal zweieinhalb Kilo, das heißt, dann wären's ja eigentlich nur noch kleine Kümchen, die in den Rucksack haben. Ja, drei, drei, vier, fünf Klümpchen, dann noch so ein paar kleinere, also immer so ein bisschen komisch verteilt, äh, chaotisches Material. Ähm, du bist ja nicht ganz sicher, wie man sowas abbaut oder warum es so zusammengeschmolzen ist, ähm, aber auf alle Fälle liegt es so vor. Mhm. Ähm, wenn du fertig bist, kannst du feststellen, dass deine Haut anfängt, ja, so, zu brennen. Aber ich hab doch extra gesagt, ich mach's nicht an meiner Haut, ne? Das ist, hab ich gesagt. Ja, das ist richtig. Ja. Okay. Äh, es ist leicht schmierig, es ist leicht ölig. Irgendwie, du erinnerst dich nicht dran, aber Säure. Hättest du damals ein bisschen besser aufgepasst, aber wo lernt man sowas auch schon? Es ist irgendwie säurehaltig und es brennt leicht. Muss dich beeilen. Muss jetzt schnell nach oben klettern. Okay, sag mir, wie leicht, also was heißt, das einfach nur prickelt oder ist es schon so, dass ich mir denke, nach zwei Sekunden wird es schlimmer? Eigentlich nicht nach zwei Sekunden, aber so nach einer Zeit kannst du feststellen, dass sich dann die Säure auch durch das organische Material, also durch das Leder oder so durchfrisst. Ähm, das, also du musst jetzt schnell handeln, du musst das jetzt schnell nach oben bringen mit einer Kletternprobe, ähm, und dann also jetzt schnell in den Schatten wieder nach oben klettern, das muss auf alle Fälle jetzt geschehen, ähm, aber, also du kannst es auf alle Fälle aushalten, ne? Wenn du dann oben angekommen bist, dann brennt das auch richtig gut, du hast ja schön rote Stellen, vielleicht hat sich da auch die eine oder andere Brandblase entwickelt, aber... Das ist mir egal. Gut. Das ist irgendwie zum Kauf. Alles klar. Ja, dann eine Kletternprobe bitte. Ähm, Modifikator, sie ist erschwert um zwei, weil du jetzt eine Behinderung hast, äh, weil elfeinhalb Kilo bei einer Körperkraft von, äh, ich glaub elf, da zusätzlich mit deiner Kleidung und so weiter, also, äh, da musst du jetzt... Da möchte ich gerne auch mal eine Kletternprobe meistern, ja. Ja, dann, äh, sag mal, wieviel ASP du ausgeben willst. Drei. Drei. Dann ist die Punkte um, äh, sechs Punkte erleichtert, um, äh, zweier Schwert sind vier Punkte erleichtert. Ich gehe doch einen höheren THW dadurch. Genau, du hast vier Punkte, du hast sozusagen vier Punkte THW gewinnen. Ja. Genau. Gut, äh, dann kommst du oben an und du bekommst zusätzlich, ähm, zwei W6 minus zwei SP durch das Vitriol. Es wird nämlich, äh, OT abgebaut durch einen, ähm, lass mich nicht lügen, durch einen Arkoball. Und, äh, der verarbeitet das Ganze mit Säure, mit Vitriol und dementsprechend bekommst du jetzt, äh, zwei W6 minus zwei SP von der Säure. Wo wirfle ich das jetzt einfach? Einfach zwei W6 reinziehen. Jo, sind, äh, sechs minus zwei sind vier Schaden. Okay. Gut. Dann, äh, ich zieh einfach mal die Kiste mit. Äh, beziehungsweise ich kopier die. Und damit bist du im Besitz von 11,5 Kilo, äh, nicht Vitriol, sondern mit, äh, Endurium. Scheiße. Äh, denk mal drüber nach, was das wert ist. Ich geh dann jetzt mal und lass die Gruppe einfach allein. Tschüss, Leute. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hatte ich gesagt? 100.000 Dukaten? Ich glaub ein bisschen mehr, ne? Ja, ich bin da mal weg, ne? Ich glaub, es sind 20.000, 20.000 pro Stein. Ist egal. Ja, ist egal. Ähm, richtig, denn wir sind noch ein Stündchen hier zu Gange, denke ich, oder? Also ihr wisst auch nicht, ihr wisst auch nicht, was mit Vasha ist. Ihr habt die nie gesehen, Rodrigo ist der Einzige. Äh, der hat jetzt die Kiste hingestellt und ihr könnt jetzt, also, Predigen kann sehen, wie er da irgendwie in den Schatten rumlungert. Äh, ihr habt auch gerade... Hat mir einer vielleicht gesagt, dass ihr über die Leiter weg wollt? Ich glaube nämlich nicht, ich würde die Leiter nicht wieder mitnehmen. Jo, alles klar, find ich gut. Ich hoffe doch, Rodrigo hat das getan. Nö, hat er nicht. Ich steh davon aus. Hat er nicht. Wenn ihr dann Rodrigo nochmal schaut, seht ihr, dass die Leiter weg ist. Ja. Ja. Ähm, ja, ihr habt auch auf alle Fälle viel zu viel damit zu tun, dann die Wachen weiter abzulegen. Ihr wisst ja auch nicht, wie lange das dauert. Äh, Jalan und Evadaya steht der Schweiß auf der Stirn und, äh, ja, nachdem sich Rodrigo dann lange in den Schatten rumgedrückt hat, ähm, äh, ist es weiter dunkel geworden. Wir schreiben irgendwie jetzt ungefähr 21 Uhr, 21.30 Uhr, äh, die Affen haben auch wieder angefangen. Ne, haben sie nicht. Sie haben nicht angefangen zu schreien, es ist hier ziemlich still. Ähm, die ersten paar Lagerfeuer werden entzündet, auch hier irgendwie in der Mitte. Ähm, ja. Äh, Bruder Feldwege. Weibel. Rodrigo, was gibt's? Äh, ja. Alles soweit, äh, fast gut. Also, äh, ja, äh, die, äh, die Leiter ist, äh, weg. Ihr könnt sehen, wie sich die, äh, doppelflügelige Tür wieder öffnet, das Portal, und Perdido Dorkstein zusammen mit Osco hinauskommt. Ich muss weg hier von der Kiste. Er, äh, er stellt sich einmal auf den Platz und seine Stimme dröhnt wieder über diesen kleinen Platz, äh, richtet sich nicht nur an euch, sondern auch an die Leute dahinter oder auch auf die, äh, an den, äh, auf den Ausguck-Plattformen, denn, äh, die können seine Stimme auch ohne Probleme verstehen. Morgen werden wir einen Ausflug in den Dschungel unternehmen und die Scratch-Schuh abschlachten oder zumindest versuchen. Ich will morgen... ...zehn Freiwillige haben. Ja, lan, kneift sich die Lippen zusammen, um nicht lautlos zu lachen. Ja, du kannst sehen, wie Hände nach oben gehen. Ja. Und ratzefatz sind, ja, der eine oder andere Kamortgott, das ist dabei. Ja, wir recken natürlich, also ich zumindest recken natürlich auch mal ein Schwert in die Luft. Hier, an der Männer! Ja, er schaut sich so ein bisschen im, ähm, Lager um. Osko geht dann herum und verteilt dann so kleine rote Bändchen, äh, die sich die Kamortgottisten dann um die, äh, Arme binden, äh, irgendwie so auf, äh, ja, Oberarm. Äh, einfach rote Bändchen. Und, äh, ja. Das Problem. Wir würfeln jetzt aus, wer dazu gehört. Denn es kann sein, dass ihr nicht alle dabei seid. Können wir einen J.P. ausgeben, um Fakten zu schließen? Orelio hat, äh, nicht sein Abo oben. Ich gebe dazu. Ne, ich kann mir aber mal stellvertretend vorheimischen. Ja, das gibt's. Und jetzt, ich jetzt natürlich, kannst dich jetzt natürlich hinstellen und sagen, äh, Moment, ich nicht. Nein, sagen wir dir nichts. Ja, okay, äh, ich schaue mir einfach mal alle Kamortgottisten an, jeder bekommt eine Nummer und dann würfeln wir aus, wer mitkommt und wer nicht. Und es kann durchaus sein, dass eure Gruppe sich jetzt aufspaltet. Dazu allerdings, nächste Woche, nein, könnt ihr nicht. Ihr könnt, äh, ja, warte mal, dann machen wir das jetzt. Ich werde mal diesen Wagen wieder als Objekt machen. Aber wenn ich erstmal warten muss, ist das Wölfeln, sag ich, wie aus. So, dann habt ihr hier eins, zwei, drei, vier, zehn. Dann sind das hier noch drei. Das sind auch nochmal drei. Drei, vier, die beiden, gut, ähm, ich würfel das mal aus. Und, äh, wir machen jetzt auf alle Fälle Schluss. Wir werden nächste Woche sehen, wer Skretschu jagen geht und wer nicht. Es kann auf alle Fälle sein, dass sich die Gruppe jetzt trennt. Faaack. So, hallo und damit herzlich willkommen noch einmal von mir. Ich habe bereits ausgewürfelt. Ich weiß nicht genau, was nächste Woche passieren wird. Aber ich weiß zumindest schon mal, wer wie stehen wird. Und das wollte ich euch an dieser Stelle schon einmal verraten. Ähm, ja, wir haben 21 Leute in dieser Mine. Ähm, die, äh, eigene Truppe von Perdido, die Edburium, Garde, hab ich mal rausgenommen. Sondern nur Kamer, Gardisten und, äh, Helden zumindest, äh, dann die NPCs. Habe ich nochmal drei eingenommen. Ja, und das, äh, was ich dann gewürfelt habe mit einem W21, W20, W19, W18 und so weiter und so fort. Und die Gruppe wurde dann immer kleiner und der Trupp um die Scratchu wurde dann immer größer. Das, was dabei rauskam ist, dass, äh, die Gruppe sich tatsächlich gespalten hat. Und, ähm, F.A. Daios wird dann nächste Woche dem Trupp zugeteilt werden und darf Scratchu jagen. Er hat noch ein paar NPCs dabei an seiner Seite, die, äh, ja, nicht aus Kamerl gerade bestehen, sondern, ähm, ja, die Söldner, die ihn quasi auch gar nicht mögen. Beziehungsweise, äh, er mag sie nicht und das, äh, spiele ich dann einfach aus, dass sie ihn auch nicht mögen. Mit den Vorurteilen gegen Söldner, die werden auf alle Fälle triggern. Da wird er noch viel Spaß mit haben. Und, ähm, Brendijian ist abkommandiert zur Minenwache. Ähm, der gute Perdido Dorcstein hat ja auf alle Fälle irgendwas in der Mine gesehen und kam dann zu dem Schluss, ähm, wir müssen jetzt Scratchu jagen gehen. Und das wird dann die Aufgabe von Brendijian sein, dass er an der Mine dann zusammen mit einem anderen Karmot-Gadisten Wache stehen darf. Das wird vielleicht auch nochmal ganz interessant werden. Jalan derweil darf schlafen gehen, den hab ich jetzt einfach mal so ausgewürfelt, dass er, äh, die erste Ruhephase bekommt und Rigo steht jetzt erstmal am Turm. Ähm, beziehungsweise an der Pforte, am Portal und hat da dann auch einen Blick auf die Position, wo Kazim gerade sitzt. Wascher ist quasi mit dem Endurium ja schon fertig und kann eigentlich ihrer Wege gehen. Aber, äh, Kazim wartet auf alle Fälle noch immer auf das Zeichen, dass er jetzt diese Turm in die Luft jagt. Ähm, und ob das dann nächste Woche passieren wird oder nicht, weiß ich nicht, aber wir werden das sehen und ich bin genauso gespannt wie ihr. Ja, ähm, jetzt wird's auf alle Fälle nochmal, ähm, ein Ticken würziger, sag ich einfach mal, weil, naja, jetzt waren sie, ähm, ja, in einem großen Trupp, ähm, mit Leuten, denen sie vertrauen konnten, waren sie jetzt hier unterwegs. Und das hab ich einfach mal aufgehoben und sie aus ihrer Komfortzone geholt. Die dürfen jetzt nämlich alleine in diesem Lager umherlaufen und sich nicht von ihrer Position wegbewegen. Das heißt, sie dürfen sich jetzt selbst Gedanken machen, wie's weitergeht. Dazu aber, wie gesagt, nächste Woche mehr. Bis dann. Auch appointments gehen. Bis dann. Bis dann. upload an